So Leute, da sind wir wieder bei Love Island mit einer fetten Überraschung zur hundertsten Folge. Und dann gehen wir da raus und jetzt steht er da einfach. Ich bin ausgeflippt, also ich fand es so geil. Mama Sita, ich buch uns mit der Visa, direkt im Flug nach Costa Rica. Ich fahr'n den Tag, du bist so sexy und wenn du willst, dann fahr'n wir Jetsky. Ich check deine Insta-Story und leicht jedes Bild von dir. Ehrenmann, Pietro, Ehrenmann, Ehrenmann. Ich glaub's nicht, Alter! Seid ihr gut drauf, Leute? Oh shit! Es war einfach nur geil. Was geht ab, Alter? Was geht ab? Love Island, was ist hier los? Er war so unfassbar nah und das war... Crazy. Einfach crazy. Ihr wisst, großer Love Island-Fan hier. Boah, jede Staffel selber Dates gehabt. Finn, wie geht's dir, Bruder? Mega! Digga, letzten Sack noch, als das Lied von ihr lief. Ey, stell dir vor, ihr kommt jetzt einfach hier rein. Bruder, jetzt stehst du hier einfach. Sehr sympathisch. Hab dich auf'n Kicker, Bruder. Dankeschön. Auch in der Casa Amor ist heut' großer Showabend. Breno zeigt internationale Fruchtbarkeits-Tänze. Und das geht schon seit ner Stunde so. Läuft. Zurück zu Piedro, unserem Ehreneiländer auf Lebenszeit. Du bist Phänomenal, Phänomenal Baby, kein ist so schön wie du. Du bist Phänomenal, Phänomenal Ich fühl mehr, ich bekomm nicht Geld. Wenn du dich bewegst, ist nicht normal. Die anderen Frauen sind mir egal. Ich sag es dir gerne noch einmal. Du bist Phänomenal, Phänomenal, Phänomenal So phänomenal. Zeig mir Nip schon, bitte noch mal. Das war einfach nur unnormal. Ich werde es in meinem Leben nie, nie, niemals vergessen. Du bist so Phänomenal, Phänomenal. Wuhu! War mega, oder? Mega! Es war mir eine Ehre. Schön, dass du da warst. Ja, ich freu mich. RTL 2, Dankeschön. Nach drei Jahren habt ihr mich endlich mal hier zum Ding gemacht. Alles Gute, bleib gesund. Vielen Dank, Bro. Bis bald. Vielen Dank.